Ja klar, ist doch gut so. So bringen die mir Leben, wenn ich die esse. Hat der sogar schon einmal AA gefunden? LOL! Ja, hab ich. Schweine? Vorhin ein Schwein geschissen hat deswegen. Ja, okay. Achso, ich kann auch nicht... Kann ich noch nicht drüber machen? Hast du jetzt aus den Holzbrettern eine Truhe gemacht? Was denn sonst aus einer? Oh, was willst du noch mit der... Ich hab noch drei Bretter. Musst du eben gucken. Das Werkzeug hier. Kescher, das war meiner. Was ist das denn? Breasted Weiss. So. Ja. Du hast ihn mal weg. Ich hab nicht YOLO gemacht. Hast du noch Flints? Äh, ja. Ja, danke. Boah. Da flinkst du hier wieder rein. Hä? Ja, mach du mal. Boah, erst mal Holz. Nein, nicht ab... Holz und danke. Komm Abikel, wir gehen wieder auf Tour. Was denn? Bär... Bär... Bärschnatt? Komm, Haubewurf, komm raus. Ich will dich töten. Nomm nom nom nom. Nomm nom nom. Nomm nom nom. Nomm nom. Nomm nom. Nomm nom nom. Nomm nom. Wie ging die nochmal? Was denn? Was? Was brauchen wir für den... ...Electrical DoorDead? Keine Ahnung. Ich weiss nicht wo der ist. The fuck. Das brauchen wir jetzt für diesen... ...Archimie-Ding-Zubbungs da, ne? Ja, aber wie gesagt, ich weiss nicht wo das Ding ist. Keine Ahnung. Kann auch irgendwo sein. Bestimmt wenn der da, Anna. Ja, ich guck ja bereits schon. Wow, wow, wow. Ähm, ja. So kann das denn nur sein. Okay, wie geht? Wetterballon können wir machen. Jetzt. Ne, Wasserballon, so rum. Wetterballon. Wasserballon. Dazu kommen schon zwei Seeds. Abigail, verteidige dich doch. Kompass. Danke. Komm Abigail. Kann sein. Zwei Gold und... In der Truhe. Nein. In der Truhe. Das Gold. Ja. Oh, der ist grad gewachsen. Nice. Nice. Vor allem mit zwei Stück brauchen wir davon. Ja, mach doch. Hab ich doch schon. Aber du willst nicht genug Stein haben nachher. So. Wir haben's. Hilf uns auch nicht viel. Du weißt genau, dass es brutal wird hier, ne? Ja, aber wir haben das Teil jetzt. Achimier, dingster, boomster. Ich bin nice. Ich bin nice. Abigail, was hast du... Abigail, nein! Du stirbst gleich wieder. Tu's nicht. Du hast nur vier Monsterfleisch-Agrille. Raust Abigail aus? Abigail, wir müssen uns beeilen. Vielleicht dunkel ist? Ja. Ja. Okay, Abigail. Komm, wir gehen heim. Ich hab jetzt nur sechs Spinnennetze. Dreimal Heilsabe und fünfmal Fleisch für dich. Jo. So, ist gar nix. Hallo. Okay. Wo ist das Bärchen? Achso. Okay. Das war Bärenbraten. Aber mein Gehirn ist am Tag wieder hochgegangen. Ne, ich muss gleich dafür schlafen gehen. Es war jetzt nicht geregnet grad. Ich muss da schnell was Essbares hier, alles was essbar ist, in die Kiste einschmeißen. Hier beim kurz pennen. Wow, das Wort warm. Man darf jetzt nicht zu lange am Feuer stehen, weil das dann zu warm wird. Aber ich muss jetzt erstmal hier hin, dass mein Herz und mein Gehirn hochgeht. Und zwar schnell. Welches Gehirn? Äh. Aschloch. Das war's auch kein. War das? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja? Aua. Hast du das Haus zu weit herangestellt? Ja. Ich hatte grad 67 Grad. Oh. So ein bisschen warm um mit der Box. So. Äh. Plan ist. Holz, 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 Holz. Holz ist die Antwort. Ach halt, Maul, 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 Maul. Abigail, komm, wir machen wieder Spaß. Komm, wir machen spaßig Spaßrunde. Jetzt räumen wir erstmal ein bisschen das Gebiet ab. Achso, was ich machen will. Äh, hab ich die Forke mit? Ja, die hab ich mit. Ein Stock in den Arsch ihm. Ne, ne. Ne Forke, das abheben und mir auch ein Haus bauen. Hm? Mir auch ein Haus bauen. Nein, reicht doch, wenn wir eins haben. Ich muss doch nicht immer pennen. Ja, ich geh ja irgendwie nie pennen. Ja. Meiste Zeit geh ich ja pennen. Achso, ich brauch wieder so einen Minirock. Oh, ich brauch Gras. Gras, 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 Gras. Hast du die Bärschnatt eigentlich gepflanzt? Bärschnatt? Wat? Ja, die sind los. Jaja. Klar. Kannst du kochen und essen. So, ne. Oh, ne. Ich pflanze ja einfach neu an. Hallo Schweine. Ja, vielleicht, wenn wir hin darf. Achso, wir haben doch einmal AA gefunden, ne. Ja. Meinst du nicht schon mal ein Feld bauen? Erstmal das Schwein füttern hier. Ne, brauchst du mehr dafür, ne. Ja, ich fütter doch grad Schweine hier. Na, ja. Das war einmal AA? Was bauen wir denn für ein Feld? Tip tip tip. Achja, aber ein Hut wird mal wieder nicht angezeigt. Jetzt. Ähm. Tip 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 da. Tip tip da da. Ich will dich töten. Ich will dich töten! Go, 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 guys. We killst du dich selber? Gabigel, ab drauf! Ich will dich töten. Was? Ja. Nix. So, das nächste Spinnnetze ist Kowald. Danke, Schweinis. Jetzt haben wir drei mal AA, vier mal AA. Wir können auf jeden Fall eine kleine Farmer, okay. was ich brauche ist eine scheiße ich kann keine schaufel bauen ich will den bärenbusch ausreißen den von jent mitnehmen und oben aufstellen an die wir haben ja für die farm jetzt ich würde eigentlich ja umwandeln und da rein lohnen aber egal nein hau ab trutan das ist meins das sind meine bären ach dein kopf was sind meine bären hab ich gesagt wir machen das schon am hunger ist die ganze zeit jetzt reiß ich die maxwell-statue ab wer sterbe ich gleich oder nicht muss eine reihenfolge zerstören wie ist es eigentlich wenn wir ein hausschwein haben kann das produzieren wir haben sein wir haben 1 ich habe doch gesagt ich habe genug häuser abgerissen deswegen braucht ihr auch die holzbretter eigentlich jetzt hast du doch genug holzbretter